Wie ist der Ton in der Geografie abgehandelt? Eigentlich dürfte das gar nicht in der Geografie abgehandelt werden, denn Ton ist ein Gestein. Und Gesteine, das macht die Petrographie oder übergeordnete Geologie. Freilich ist sie für die Geografie auch wichtig, denn es ist ein Gestein, was in der Regel nicht so tief unter der Erdoberfläche liegt, dass es nicht Einfluss hätte auf die Gestaltung der Landschaft, sei es Kulturlandschaft, sei es Naturlandschaft. Und dieser Ton ist ein Gestein und das mag man nicht glauben, wenn man so einen Brocken in die Hand nimmt und drein rumspielt, dann zerfällt das. Daher nennt man das ein Lockergestein, im Gegensatz zu den älteren Tonen, die Festgesteine geworden sind, zum Beispiel der Kauperdachschiefer ist ein Festgestein oder gar die Silurischen Schiefer, das sind ganz dichte Festgesteine, aber allesamt sind sie aus dem Lockergestein, aus dem Lockermaterialton entstanden. Das mittelrheinische Becken ist ja nun ein Becken innerhalb des Rheinischen Schiefergebirges. Das heißt also, es hat sich dort anhand von Spalten und Lüfte abgesenkt um mehrere zig bis 100 Meter. Daher ja auch die laufende Erdbebenangst im Zusammenhang mit Milheim-Kerlich, mit dem Kraftwerk. Und zu tiefsten Stellen fließt das Wasser, das ist ja eigentlich klar. Und die Vorgänger des Rheins, also die Vorgänger des Ur-Rheins, sind vor etwa 25 Millionen Jahren noch in dieses Becken hineingeflossen. Das war kein Einbruch, das war ein langsames Einsenken. Und so haben sich die Gebirgsabflüsse natürlich auch eingependelt. Die haben geschlingelt, mal da rein, mal da rein, mal da rein. Daher entstanden dann verbreitete Flächen. Anders, wenn ein Fluss nur starr in seinen Schwimmkegel hineinfließt, dann gibt es eben eine begrenzte Fläche. Aber so wurde diese Fläche eben größer. Es war übrigens die Zeit nach der, der Rhein dann den Durchbruch nach Norden schaffte. Also man kann diese Tone noch nicht einmal als Rhein- und Moselablagerungen bezeichnen, sondern es sind Ablagerungen der hydrographischen Vorgänger. Der Rhein selber flotst damals noch über die Rhonen ins Mittelmeer. Dieser Ton in der Kärlegerruppe ist ein Miocäner Ton. Und was liegt über dem Miocänen Ton und was liegt drunter? Drunter liegt, wie auch unter den Tonlagern auf dem Westerwald oben, das Schiefegebirge. Und zwar das Paläozoische Schiefegebirge, 380, 420 Millionen Jahre alt. Dann kam nichts mehr drauf. In der Zeit, bis zum Terzehr, wurde dort nur noch abgetragen. Und drüber liegt überall etwas, was nach dem Terzehr entstanden ist und am Ende des Terzehr. Und drüben in der Kärleger Tongrube, da liegt fast der gesamte Kalender der eiszeitlichen Ablagerungen. Von den Ältesten bis zu den Jüngsten. Das heißt also, es ist ganz sicher, nach dieser Tonbildung geschah wieder nichts, außer dass dann ein paar Millionen Jahre später die Eiszeit sich bildete. Erstens war es quellfähig. Er nimmt bis zu einer gewissen Kapazität Wasser auf und ist dadurch quellbar. Das merkt man, wenn man dann durch eine frisch beregnete Tongrube geht, wenn man plötzlich die Füße nicht mehr hochkriegt. Und dann ist für den Chemismus des Tons wichtig, dass es ein Silikat ist. Also ein Abkömmling der Kieselsäure. Und diese Kieselsäure wiederum entsteht bei der Verwitterung von Feldspäten. Und der Feldspat, man sagt fachlich, er sei ubiquitär, das heißt, er kommt überall vor. Wenn Sie zum Beispiel Rot- und Blaufärbungen drin haben, ist es meistens ein gröberer Ton. Sie kennen ihn als Lehm. Er hat aber die gleichen Eigenschaften und ist durch zwei- bzw. dreiwertige Eisen, ist er braun bis rötlich gefärbt. Dann, blau heißt immer, die organischen Bestandteile spielen eine Rolle. Da denken Sie am besten an den Faulschlamm im Meer, der auch diese blau-grau Farbe hat. Das gibt nachher mal einen wunderschönen Ton, wie die ordovizischen Tiefseetone, die heute auch ganz schön feste Gesteine sind. Dann, wenn er grünlich wirkt, dann ist mit Sicherheit Kupfer mindestens in Spuren drin. So wie jedes Element ja seine besonderen Farbgelbungen hat oder jedes Mineral mit einem bestimmten Element, so kommen diese Farben dann in den Ton rein. Der einzige Ton, der farblos ist, im besten Falle nur etwa Weißgrau. Das ist der Kaolin, den man daher auch zu der Verarbeitung zu Porzlan verwenden kann.